Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge textlastig mit dem Simon, das bin ich, habe ich mich mal zuerst genannt und dem Falk. Ja, und wir sind immer noch im Computerraum, wir sind Grey. Nee, das stimmt gar nicht. Sind wir noch im Computerraum? Ich bin schon in der Schaltzentrale. Ah ja, Schaltzentrale, genau. Wir haben noch eine kleine Sache rausgefunden, aber vorher möchte ich noch auf zwei Sachen hinweisen und zwar habe ich nochmal in der Wikipedia geguckt, da, wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, dass es um die Grace Hopper ging und die ist nämlich eine, ja, also eine Frau, die am Ende der 1940er Jahre auf die Idee kam, Computerprogramme in einer verständlichen Sprache zu verfassen, statt nur mit Einsen und Nullen. Die Grace, die Verrückte. Die Verrückte, ja. Und die hat also maßgeblich zur Entwicklung der Sprache Kobol beigetragen, deswegen hat sie den Spitzname Grandma Kobol. Und ihr wird ein Begriff des Debugging, auf Deutsch Entwanzen, also Beheben von Programmfehlern, auf sie zurückgeführt, aber das ist nicht ganz, ähm, das ist nicht ganz korrekt, denn, äh, 1947 hatte ihr Techniker oder ein Techniker oder ein Team von Technikern hatte eine tote Motte im, äh, Rechner gefunden. Das war das Problem, dass es da irgendwie zu Fehlern kam und diese Motte haben sie dann in das Logbuch geklebt. Und das ist deswegen. Ah, okay, die Geschichte kennt man. Okay, dann ist das tatsächlich genau die, ähm, äh, die Frau und dieser Sachverhalt da, der da immer erzählt wird, wie denn es zu diesem ganzen Kram, warum es Spuck heißt und. Genau. Und so weiter. Okay, also ich wusste nicht, dass es genau um diesen Sachverhalt und von der Frau, äh, ist. Ähm, und, also das hat man, hat man vielleicht mal gehört, dass es deswegen interessant war, auch in diesem Spiel ist das Cover-Bildchen eine kleine Motte. Jetzt macht das auch alles irgendwie Sinn. Ähm, vielleicht finden wir die Motte ja auch noch später. Ich hab das Cover nicht gesehen. Okay. Naja, gut, kann man, kann man nichts machen. Auf jeden Fall möchte ich an dieser Stelle dann auch noch was anderes hinweisen. Und zwar gibt's einen Podcast, einen anderen Podcast, äh, natürlich, äh, sollte man den nur hören, wenn man alle Texte, die sich folgen, schon beendet hat. Der heißt Systemfehler. Und ich glaube, die erste Folge vom Systemfehler, der übrigens hervorragend produziert ist, äh, der, der handelt genau um diese Geschichte. Genau darum geht's nämlich. Und das könnt ihr dann auf unserer Webseite, äh, äh, ja, euch den Link anklicken und unbedingt immer anhören. Das ist ganz toll produziert vom Christian Konradi mit ganz viel schöner Musik und Tönen im Hintergrund und so. Also kann man... Der ist wirklich ein ganz toller Podcast, aber darf ich dich dennoch auf einen kleinen Fehler deinerseits hinweisen? Äh, na gut. Auf einen Bug willst du sagen? Äh, Sprachbug. Mhm. Aber ich hab jetzt so lange darauf hingewirkt, auf diese Verbesserung, dass ich vergessen wollte, was ich, äh, vergessen hab, was ich sagen wollte. Ich glaub, du hast irgendeinen Sprachfehler grad gemacht, aber ist egal. Natürlich nicht. Geschichte von und nicht um. Irgend so was war da. Auf jeden Fall hat der Falk in der Pause rausgefunden, was ein, äh, ein, ein nächster Schritt sein könnte für die, äh, erfolgreiche Lösung unserer Geschichte hier. Denn, nochmal kleine Wiederholung, das letzte Mal haben wir die Taste gedrückt und dann hat unser Computer aber einen Fehler, äh, Fehler gemacht und dann ist die Rakete irgendwo gelandt, wo sie nicht hätte landen sollen. Und, vielleicht müsste man mal, äh, den Namen nochmal nachschauen, äh, jetzt, äh, wo wir das rausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, macht er das plötzlich mit dem, äh, es gibt einen Textadventure, äh, Schreiber, der festgenommen, kleine Ahnung, was da jetzt vorhin, was wir letzte Folge noch vorgelesen haben, ähm, passiert ist, macht jetzt auch mehr Sinn. Ja, also, liest es doch mal vor, also, was haben wir denn jetzt gemacht? Nee, ich weikere mich jetzt einfach, den Scheiß vorzulesen, weißt du? Die Leute können auch mal, nee, Quatsch. Ähm, also. Wir sind in der Schaltvertrag. Das war die Idee, genau, die Idee war, dass wir einfach, äh, wir haben ja diesen Knopf gedrückt, wie du schon gesagt hast, und das Ergebnis durchgesagt und hab jetzt nochmal geladen und haben wieder den Knopf gedrückt, aber haben nicht den, äh, unseren General angerufen, sondern haben tatsächlich mal den, äh, wir haben doch erst die Papierrolle gelesen. Darauf will ich doch gerade hinaus. Ach so, okay. Ja, sorry, ja, weiter. Haben, äh, den Fernschreiber untersucht nochmal, haben festgestellt, dass wir da eine, die da Papierrolle drin haben, dann hab ich gelesen, diese Papierrolle, und dann kommt folgendes. MK2-Doppelpunkt, Program Start, Hand, Version 1, 0b, bei HJG Rottenberry. You are standing in front of the cave, nothing in your hands but a sword and a torch. A warning is written on the wall above you, do you dare to enter, adventurer? Und in Klammern steht, exits, Doppelpunkt, n. Und dann kommt Process is running, Results x, y, z, die Werte, die wir vorhin durchgeführt haben, äh, durchgesagt haben, finished without errors, beep. Und dann steht, scheinbar als Kommentar von Grace, die wir hier spielen, Rottenberry, dieser Vollidiot nennt sich wissenschaftlicher Mitarbeiter, ein Student, frisch von der Universität. Er hat offenbar ein eigenes Programm geschrieben, das hat gerade noch gefehlt. Du überlegst hin und her, sollst du den General anrufen und ihn denunzieren, also den Rottenberry, und den Testlauf platzen lassen? Du musst zugeben, dass dich, äh, die Aussicht nicht, äh, ihn nicht wiederzusehen zu müssen, wiedersehen zu müssen, Jesus, durchaus erfreut, dieser Angeber. Also, wir haben scheinbar ein Programm im Programm gefunden, das wohl scheinbar zu falschen, äh, Resultaten bei der Berechnung der Zielkoordinaten der Rakete führt. Ja, mal gucken, genau. Auf jeden Fall finde ich es super interessant, dass dort ja steht, Exits N, ähm, vielleicht können wir das Spiel ja sogar spielen, müssen wir gleich mal probieren, aber wollen wir erst mal den Typen denunzieren, das macht der jetzt, das klingt doch schon mal ganz gut. Wieso? Dann, nein, eben nicht, das haben wir ja in der letzten Folge gemacht, wir haben den General angerufen. Ja, aber hier steht auch, äh, wir überlegen ja, ob wir den General anrufen und dann den Rottenberry denunzieren, das haben wir noch nicht gemacht. Nee, wir hatten keine Option, du trüppst. Ja, eben, eben, genau, genau. Und ich wette, wenn wir jetzt den General anrufen, dann sagen wir sowas wie, ja, pass mal auf, hier, der Rottenberry, der hat hier Mist gemacht, wir müssen den Testlauf platzen lassen, das steht ja da. Äh, nee, ich glaub, das ist das Gleiche. Ich meine, das ist ja das, was ich, das ist ja das, was ich eben meinte. Ähm, für mich hat das erste Ende, was wir letzten, Ende der letzten Folge erspielt haben, keinen Sinn gemacht mit dem Textadventurer, Textadventureschreiber, der irgendwie, und Textadventure wurden verboten oder was, keine Ahnung. Das machte ja irgendwie keinen Sinn. Und jetzt plötzlich macht es Sinn, weil wir diese Nachricht, also es ist ja eindeutig ein Textadventure, was da dritte steht. Ach so, ja, hm. Ähm. Äh, verstehst du? Und das ist ja das Gleiche, also wir rufen den General an, Komma und denunzi... Also gut, und vom Komma... Ich probier das jetzt. Äh, Komma nach dem Und. Nee, umgedreht. Oh, General an. Du wirst gleich wieder das Spiel laden müssen. Siehst du? So, hier. Du rufst General Malcolm Ace Granger an und denunzierst deinen Mitarbeiter Waddenberry. Der Typ wird nie wieder für das Militär arbeiten, der denkwürdige Tag verstreicht ohne nennenswerte Ereignisse. Äh, General Malcolm Ace zieht die Konsequenzen. Und 20 Jahre später. Ähm, Smith... Smithsonian Museum Abteilung... Smithsonian, ja. Du befindest dich, äh, im Smithsonian Museumskomplex mitten im Herzen von Washington an einem heißen Sommertag. Deine Frau hat dich mitgeschleppt, weil sie unbedingt eine Ausstellung über die Steinzeit ansehen wollte. Die hat das letzte Mal, was die heute das letzte Mal zu sehen sein wird. Dieser Raum widmet sich den Höhlenbären. Du siehst mehrere alte Höhlenzeichnungen sowie ein ausgestopptes Exemplar. Ein weiterer Raum liegt im Osten. Aha. Deine Frau steht vor dem Höhlenbär und betrachtet ihn mit Ausdauer und Neugier. Oh. Wer ist jetzt deine Frau? Das... Bist du der General? Warte mal. Schau dich... Das klingt ja jetzt doch nach einem größeren Ende. Jetzt muss ich das ja auch noch nachdenken. Ah, du bist Kartograf und leidenschaftlicher Programmierer. Uiuiui. Jetzt geht's ja hier richtig los. Okay, also, du hast... Ich gebe meinen Fehler offenkundig zu hier vor allem. Simon, du hattest recht. Ja. Das Denunzieren ist nochmal eine zusätzliche Option. Es ist wie Sonnenschein. Auf mich trahlt. Ah, Sonnenmüchel. Okay, also... Kannst du das nochmal sagen? Ruf General an. Hä? Hä? Hast du die Rolle nicht gelesen? Doch. Mhm. Doch. Habe ich. Mhm. Und bei mir ist jetzt wieder der General tobt vor Wut. Hä? Was hast denn du noch gemacht? Also. Ich habe diese Papierrolle gemacht und dann Ruf General an. Ja. Ja, eigentlich schon. Also bei mir steht dann halt mit diesem Rottenberry, dass da ein Idiot ist. Und dann Ruf General an, habe ich gemacht. Ja, habe ich auch gemacht. Jetzt steht da, du rufst General Malcolm, bla bla bla. Gibst ihm die Rechenergebnisse durch. Der Prozess ist jetzt nicht mehr zu stoppen. Countdown. Aber hast du vorher die Berechnung gemacht? Weil die habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Ich habe nicht den Knopf vorher gedrückt. Ach so. Kann das sein, dass du den Knopf gedrückt hast? Ich habe den Knopf gedrückt, ja. Ah, na ja, das ist ja auch. Hä? Aber ich dachte, du musst den Knopf drücken damit. Na nee, weil die Ausgabe war ja schon vorher auf diesem Zettel. Weil der komische Idiot hat ja irgendwie mit unserem Computer rumgespielt. Ja, es ist ja trotzdem doof. Also, dass man weiß es. Aber dadurch, dass man davor schon die Berechnung gemacht hat, sagt das Spiel, nee, du rufst trotzdem an und gibst die Koordinaten durch. Das ist ja albern. Ja, okay. Also, ich lade nochmal. Hat die Grace die, ja. Das ist aber nicht optimal. Okay, also, ich drücke nicht den Knopf. Genau. Lies. Papierrolle. Das ist keine der Optionen. Bist du denn schon im Raum? Moment mal. Ach, ich kann ja nicht laden, weil... Ach Gott, 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 Gott. Okay, ich mache einen Neustart des Spiels. Rein, Rein, Öffner, Brief, um... Schlag. Ganz kurz, so viele Kommandos sind es ja nicht. Nehmen, Lochkarte. Rein, Nimm, Zerr. Also, mit anderen Worten, ich mache gerade nochmal die erste Folge nochmal ganz schnell. Knitter, T, Lochkarte. Steck, glatte Karte in Schlitz. Okay, raus. Und jetzt wäre es cool, wenn da stehen würde, dass der Fernschreiber was aufgeschrieben hat. Ja, stimmt. Eigentlich, ne? So als Update, wenn man in den Raum zurückkommt. Okay, aber Lies... Was habe ich gesagt? Papierrolle. Mhm. Tatsächlich, jetzt steht nur das mit dem Text, wenn schon da... Hm, okay, also, Ruf General an. Der Typ wird nie wieder für das Militär arbeiten. Okay. Deine Frau steht vor dem Höhlenbär und betrachtet ihn mit Ausdauer und Neugier. Ist jetzt das Letzte. Mhm, genau. Im Smithsonian Museum, Abteilung Geschichte. Ja, alles klar. So. Ja gut, dann untersuche die Frau, oder? Also, Inventar, aber nichts dabei. Schau dich an. Das hast du gleich schon gemacht, ne? Ja, genau, aber du bist Kortografen, leidenschaftlicher Programmierer. Mhm, genau. Also, deine Frau ist Höhlenforscherin. Sie ist derzeit mit der Forschung der Bat-Kilt-Höhlen beschäftigt, eines komplexen Systems zusammenhängender Höhlen rund um die Mammoth Cave in Kentucky. Kentucky heißt das. Ach so, Mammoth Cave in Kentucky. Ja, das ist die richtige Bezeichnung. Und das ist also schön, dass wir eine Frau haben, die da so rumdingst. Und dann untersuche Bären, können wir auch mal angucken, Bären. Mhm, eine riesige Nachbildung eines Höhlenbären ist die Hauptattraktion in diesem Raum. Höhlenbären. Gibt's denn Bären, die nicht in Höhlen wohnen? Weiß nicht. Ja. Okay. Eisbär? Ne, die haben doch auch eine Höhle, oder? Eine Eishöhle, ein Iglu. Iglubären sind das doch, oder? Im weitesten Sinne, okay. Okay, warte mal. Untersuche Höhlenzeichnungen. Das Wort Höhlenzeichnungen, hab ich's falsch geschrieben? Nee. Nee. Ist in dieser Schichte nicht notwendig. Ja, okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Okay, dann wahrscheinlich sollen wir einfach in den nächsten Raum gehen. Im Osten. Okay. Jetzt sind wir, ne, immer noch da. Also Smithsonian Museum Abteilungsschicht. Du erinnerst dich, hier schon einmal gewesen zu sein. Damals hatte man eine Ausstellung über die Anfänge des Computerzeitalters bewundern können. Leider ist jetzt alles hier mit Höhlenzeichnungen vom Mammuts vollgepflastert und inmitten des Raums steht eine gewaltige Nachbildung eines Exemplars. Oh, Mammut. Deine Frau ist noch in dem Raum im Westen. Eine Fliege schwirrt ständig um eine der Zeichnungen herum. Okay. Also wir schauen erst mal das Mammut an. Mammut. Eine riesige Nachbildung eines Mammuts ist die Hauptattraktion in diesem Raum. Ich möchte das Mammut streicheln. Kannst du ja machen. Mammut. Das Wort streicheln ist in dieser Geschichte nicht notwendig. Das halte ich für ein Gerücht. Ich will ein Mammut streicheln. Ich halte es für ein Gerüst. Falsch. Es ist keins. Okay, alte Höhlenzeichnungen von Mammuts erdige Farben auf hellbraunem Stein. Das ist der Text, der auftaucht, wenn man die Zeichnung untersucht. Ja, und der Text, der auftaucht, wenn man die Fliege untersucht. Eine dieser kleinen Schmeißfliegen. Sie schwirrt ständig um eine bestimmte Stelle in der Wand herum. Echt nervig. Eine bestimmte Stelle in der Wand. Als du genau hinsiehst, bemerkst du eine kaum sichtbare Fuge in der Wand. Du drückst dagegen und eine Geheimtür nach Osten schwingt auf. Woher weist die Fliege denn davon? Ganz kurz. Ja. Sie schwirrt nicht ständig um eine bestimmte Stelle an der Wand. Sie schivrt. Ich möchte auf diesen Schreibfehler hinweisen. Das ist kein Schreibfehler. Das ist bestimmt künstlerische Freiheit. Ach so, okay. Wir sind ja in einem freien Land, da kann ich die Buchstaben in einem Wort so anordnen, wie mir das gefällt. Äh, nee. Doch. Nur versteht mich dann keiner mehr. Aber gut. Also, gehen wir wieder nach Osten? Ja. Wir sind jetzt in einem vergessenen Korridor. Korridor. Dieser Korridor verläuft in Ost-West-Richtung und ist nur spärlich beleuchtet. Oh Gott, ich habe gegen meinen Bildschirm gespuckt beim Aussprechen vom Wort. Spärlich. Hier warst du noch nie. Kein Scheiß. Hinter einer vergessenen Tür. Komisch. Aber es scheint so, als wären hier Teile der alten Ausstellung untergebracht worden. Hier befindet sich ein Logbuch in einer Glasvitrine. Das ist das Logbuch. Das ist das Logbuch. Logbuch, nicht Logbuch. Logbuchkarte. Untersuche Glasvitrine. Im Logbuch. Hallo, ich habe die Glasvitrine und untersuche nicht das blöde Logbuch. Also, im Logbuch sind Fehler eines Computers namens Harvard Mark II notiert. Okay. Untersuche Logbuch. Lies Logbuch. Ja, okay. Genau. Der Eintrag, der auf der aufgeschlagenen Seite zu lesen ist, lautet, habe Hand auf Herz und Nieren getestet, erfolgreich beendet und keinen Fehler mehr gefunden. Faszinierend. Ich bin restlos begeistert. Unterzeichnet. H-Punkt. Ja, super. Kann man das nehmen? Äh, schau dich um. Das Logbuch ist zu schwer. Ja gut, was dann? Wenn die Computer schon so groß waren, ich will nicht, wenn es ein großes Logbuch ist. Okay, öffne. Vielleicht öffne. Ja. Vitrine. Ne, öffne Logbuch. Oh, Wirtine geht natürlich nicht. Also, ich schreibe, öffne Vitrine und er schreibt, das Logbuch kann nicht geöffnet werden. Ja, irgendwie hatte das da schon. Ja, was ist denn das jetzt für ein Ende? Das ist doch doof. Ne, das ist doch kein Ende. Ja, eben. Da muss doch noch was kommen. Oh, wir können doch unsere Frau davon erzählen, von diesem Raum zum Beispiel. Oder jemand anders davon erzählen. Warum? Weil sie Höhenforscher ist? Zum Beispiel? Hallo, wir haben den Geheimgang. Du wärst doch so ein Typ, der in einem Horrorfilm niemandem von irgendwas erzählt. Oh, ich bin gebissen worden vom Zombie, aber ich balze für mich. Oh, ich hab den Mörder gesehen, aber ich balze für mich. Hey, wir sollten uns aufteilen. Ja, das wäre, glaube ich, meine erste Idee. Okay, also lass uns zweimal halt nach Westen gehen. Ich versuche mal, die Fliege zu fangen. Die Fliege ist übrigens immer noch und schwirrt ständig um eine der Zeichnungen herum. Ah ja, die, warte mal, um eine Zeichnung? Ja, ich untersuche auch. Warte mal. Ja, ist aber, ist das, was ich vorhin vorgelesen habe, mit ehrdigen Farben. Aber das ist schon ganz cool, dass die Fliege jetzt um eine Zeichnung kreist und nicht mehr um diese Stelle, ne? Kleines, schönes Detail. Ja, gut, wenn man sie untersucht, wird sie aber immer noch vor der Stelle an der Wand herum. Okay, also lass uns nach Westen gehen. Also sprich mit... Erzähl Frau von Raum. Deine Frau antwortet nicht. Was ist denn das für eine Frau? Von, nee, nee, Korridor. Ja, genau, Korridor. Deine Frau antwortet nicht. Sprich mit Frau. Geht auch nicht. Nimm Frau, nehm sie einfach und schieben sie rüber. Zeig, geht das vielleicht? Ah ja, ähm, zeig Frau Korridor. Nee, geht nicht. Jetzt ist das Wort Korridor schon nicht mehr notwendig in der Geschichte. Ja, vielleicht gibt's hier jemand anders. Ja, oder Vitrine einfach nur. Zeig, Frau Vitrine. Du siehst hier keine Vitrine. Ja, eben. Erzähl Frau von Vitrine. Die Frau antwortet nicht. Hey, die ist doch Logbuch. Will sie auch nicht wissen. Ja, dann tschüss, wir gehen jetzt halt nach Hause. Ja, die hat uns ja... Also die interessiert sich ja auch gar nicht für Computer, ne? Die hat uns ja nur mitgeschleppt. Und eigentlich wollten wir ja gar nicht hierher über diese blöde Steinzeit-Ausstellung, ne? Ja, und hier gibt's jetzt aber wirklich niemanden weiter. Und in dem anderen Raum? Übrigens geht's hier in dem Korridor, geht's noch weiter nach Osten. Ach. Ach, guck. Na dann, weiter. Das ist doof, man muss wirklich immer oben auf die Ausgänge gucken, in der, sonst sieht man nicht, also es wird nicht im Text beschrieben. Genau, im Text wird an sich nicht beschrieben. Okay, weiter. Also gehen wir eins weiter. Die Klimaanlage, also es ist immer noch der gleiche, vergessene Korridor, aber anderer Text. Die Klimaanlage ist hier unwirksam. Es ist stickig und heiß. Im schwachen Licht tanzen Staubpartikel. Hier befindet sich ein Bild, gefasst in einem schlichten Holzrahmen. Schau, Bild. Suche, Bild. Ein junger Mann in einem grauen, unscheinbaren Overall mit dazu passender grauer Arbeitshose. Er steht vor einer Schreibmaschine und grinst schelmisch in die Kamera. Ein Schild ist daran befestigt. Untersuche, Schild. Auf dem Schild ist ein Text zu dem Bild zu lesen. Lies Text. Das Wort Text ist in dieser Geschichte nicht notwendig. Scheinbar doch. Lies Schild. Auf dem Schild steht H.J.G. Rottenberry, Aufnahme 1945. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einem Geheimprojekt der Regierung der Vereinigten Staaten. Er arbeitete im US-Marine-Waffenzentrum in Dahlgren. Er arbeitete an Computertests und fand dabei durch Zufall heraus, dass eine Schreibmaschine mit geringfügiger Modifikation als Eingabegerät für Computer dienen kann. In Unkenntnis darüber, dass am nächsten Tag der entscheidende Testlauf des Geheimprojekts stattfinden sollte, baute er die Hauptkonsole so um, dass er mittels dieser Schreibmaschine ein einfaches Textspiel steuern konnte. Dies faszinierte ihn so sehr, dass er erst am Morgen, kurz vor Beginn eines wichtigen Testlaufs, sein Büro vollkommen übermüdet verließ. Durch seine Veränderung am System musste der Test abgesagt werden. Das heißt, wir könnten mal nochmal die Hauptkonsole genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir dann ja was raus. Schau hinter Bild. Das stimmt. Ich meine, diese Kabel hat er ja. Ja, da hat er wahrscheinlich das mit ihm. Die Kabel wurden ja erwähnt. Ja, genau. Stimmt. Die Kabel sind's. Ja, gut. Aber das ist natürlich ein netter Hinweis. Aber wie geht es jetzt hier weiter? Es geht weiterhin noch weiter. Boah, es geht noch weiter. Na los. Du befindest dich genau in der Mitte des Korridors. Also wird es wahrscheinlich nochmal nach dem Östen gehen. Durch ein Lüftungsgitter kommt nur verbrauchte heiße Luft herein. Hier befindet sich ein weiteres Bild, gefasst in einem schlichten Metallrahmen. Okay, untersuche Bild. Eine Frau in Uniform vor einer Computeranlage, die einen ganzen Raum ausfüllt. Sie hat einen entschlossenen Blick, eine strenge Frisur und ein Barrett aufgesetzt. Eine Medaille ist an ihre Brust geheftet. Ein Schild ist daran befestigt. Untersuche Schild. Ah, jetzt kommen die. Auf dem Schild ist ein Text. Also Lies Schild oder was haben wir gemacht? Mhm. Genau. Auf dem Bild steht Grace M. Hopper, Aufnahme von 1945. Sie war Pionierin auf dem Gebiet der Computerprogrammierung und maßgeblich an der Entwicklung des Harvard Mark II beteiligt. Sie arbeitete 1945 an einem Geheimprojekt, das unter dem Namen Aurelia bekannt war. An dem Tag, an dem das Projekt abgeschlossen werden sollte, war das System von Rottenberry manipuliert worden. Zeit ihres Lebens wurde Hopper nachgesagt. Sie hätte ihre Aufsichtspflicht verletzt und Rottenberry niemals mit dem Mark II alleine lassen dürfen. Das Militär sagt jegliche Unterstützung ihrer Forschungsprojekte ab und stürzte sie damit an eine tiefe Krise. Die Entwicklung des Harvard Mark II wurde eingestellt. In den Jahren danach versuchte sie sich an mehreren größeren Softwareprojekten, unter anderem der Programmiersprache COBOL. Siehst du, die Spieleentwickler, wie wir ja auch welche sind, sind schuld am Untergang von Großprojekten. Normalerweise sagt man ja eigentlich, dass der UX-Designer immer schuld ist. Ich habe jetzt nochmal weitergeschnubbelt. Hier gibt es wieder ein weiteres Bild in den Korridor. Was haben wir denn hier? Ein Mann in der Blüte seiner Jahre gekleidet in Marienuniform mit zahlreichen Auszeichnungen versehen. Er steht vor einem U-Boot, das sich im Trockendock befindet. So, dann gucken wir mal das Schild an. Auf dem Schild steht General Malcolm Granger, Aufnahme 1945. Er war auf der USS Toothbrush, ob es das wirklich gab, dem ersten U-Boot der Washington-Klasse, das Raketen abschießen konnte. Ach, guck mal, das geht von einem U-Boot aus. Er leitete 1945 die Mission Aurelia, ein Versuchsprojekt in Zusammenarbeit mit dem US-Waffen-Marine, nee, Marine-Waffen-Zentrum in Dahlgren. Eine Computerberechnung des Harvard 2 sollte die exakte Flugbahn der Testrakete bis zum Zielpunkt in der Küste, nee, Wüste, Nevadas voraussagen. Ja, jedoch hatte Rottenberry am Vorabend den Harvard sabotiert. Moin, der ist sabotiert, der hat ein Spiel gespielt, Leute. Was ist hier los? Und die Mission ist fehlgeschlagen. Malcolm Granger gab Anweisung, Rottenberry vor ein Kriegsgericht zu stellen. Der General, von Versagensängsten geplagt, quittierte seinen Dienst 1946 und war daraufhin mehrere Jahre arbeitslos. Schließlich geriet er in die falschen Kreise und wurde zu einem gesuchten Verbrecher. Ui. That escalated quickly. Er war 1952 an einem Banküberfall verwickelt und starb in einem Schusswechsel mit der Polizei. Er hinterließ eine Frau und drei Kinder. Ja, das war nix. Das ist ja ein schönes Ende hier. Aber wir können nochmal nach rechts gehen, äh, nach Osten gehen. Das ist jetzt das Letzte. Das ist aber ein langer Korridor, also. Ja, Untersucher, ach, Kigan, Untersucherbild. Dieses Bild hast du noch nie zuvor gesehen. Es zeigt einen einfachen, fensterlosen Raum mit einem grauen Tisch, auf dem sich eine Schreibmaschine befindet. Daneben steht eine Konsole mit einem roten Kanopf. Von beiden führen Kabel, aha, zu einem Fernschreiber. Für einen Moment scheint es so, als sei das Bild in Bewegung. Du kneifst die Augen zu, aber du hast dich nicht getäuscht. Aber du hast ihn, ja. Das Bild zoomt heran und der Ausschnitt um den Fernschreiber wird immer größer. Schließlich erkennst du den Text darauf. Hand, äh, Version 1b von Roddenberry, you are standing in front of the cave. Mhm. Ähm, genau. Ende. Alles klar. Mhm. Äh, das ist aber interessant, weil wir sind ja nur, ähm, hier hingekommen, weil wir den Fernschreiber gelesen haben. Und jetzt kommt hier ein Hinweis, dass man doch bitte den Fernschreiber lesen soll. Also das ist ja so ein kleiner versteckter Hinweis, ne? Ja, interessant. Aber gut, dann lass uns doch nochmal neu starten. Mhm. Und, äh, jetzt stehen wir also wieder vor dem Waffenzentrum. Und jetzt gehen wir einfach direkt mal rein und rein und rein. Äh, nehmen gleich mal die zerknitterte Lochkarte raus, nicht? Und dann gucken wir uns doch gleich mal diese Kabel an. Ne? Ja. Ähm. Ich hab jetzt mal die zerknitterte Lochkarte aus dem Computer rausgenommen schon mal. Ja, okay, ich mach gleich mal die Lochkarte ersetze ich. Achso, willst du dich da reinstecken? Ich mein... Ja, müssen wir ja. Sonst finden wir das erst gar nicht raus. Na, die Kabel können wir ja schon mal vorher so mal... Achso, äh... Naja, ich kann sie zumindest schon mal reinmachen. Wir müssen ja nichts... Wir müssen ja die... Wir müssen ja nichts drücken. Ja. Ja, und auch... Ich nehme nur die zerknitterte Karte raus. Ja, das vorhin hat mich schon irgendwie abge... So, jetzt nochmal zurück zum Schreibtisch. Da den Briefumschlag nehmen und aufmachen. Hab ich schon lange. Und Briefe lesen, so. Und Logbuch lesen. So, jetzt sind wir an... Genau, jetzt sind wir gut gerüstet. Und jetzt können wir die Kabel untersuchen. Oh, Kabel gibt's nicht. Okay, nochmal. Ähm, Konsole, ne? Ist das die Hauptkonsole? Ähm. Wo sind denn hier die Kabel... Ja, die ist an der Schreibmaschine, glaube ich. Untersuchung. Ah, okay. Maschine. Verdrahtet, genau. Okay. Seltsamer... Oh, seltsamerweise steht hier, ist sie mit der Konsole verdrahtet. Hä? Ist das vorhin auch schon da? Ja, ja. Ja, 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 ja. Wir haben nur nicht drauf reagiert. Okay, Kabel kann man nicht untersuchen. Ähm. Also, wir lesen das nochmal kurz vor, ne? Ähm, eine schwarze Schreibmaschine mit gewohnten Tassen. Seltsamerweise ist sie mit der Konsole verdrahtet. Das kann nur dein wissenschaftlicher Mitarbeiter Rottenberry gewesen sein. Sonst hatte niemand Zutritt zu diesen Räumlichkeiten. Ja, ja, an dem Satz kann ich mich erinnern. Das haben wir uns ja vorhin schon gefragt. Aber ich frage mich nur gerade, wie wir das jetzt checken, weil Kabel gibt's nicht. Na, dann mach jetzt mal Lies. Verbindung. Ne, Lies Fern... Ne, was hast du gemacht? Lies Fernschreibe. Ne, also wir gucken jetzt mal hin. Ne, Lies Papierrolle, glaub ich. Papierrolle, okay. Genau, so. Ah, genau. Und jetzt ist ja, ähm, jetzt haben wir diesen komischen Text. Ach, siehste, das ist unabhängig, ob man, äh, davon, ob man, ähm, die neue Karte reinmacht. Weil die Karte wird ja tatsächlich erst ausgelesen und bearbeitet, wenn man den Knopf drückt. Genau, genau. Also, das hat der Typ vorhin schon gespielt, der Depp. Okay, und jetzt wissen wir das also. Und jetzt können wir ja nochmal kurz die Schreibmaschine untersuchen. Einfach nur nochmal, äh, ne, okay, da kommt derselbe Text mit dem selbst am Kabel, so. Seltsam ist sie mit der Konsole verdrahtet. Mit der Konsole. Wie können wir das lösen? Also, auch wenn man die Konsole untersucht, steht wieder der normale Text da. Die Konsole ist direkt mit dem Harvard Mark II verbunden. Der rote Knopf, der leuchtend und gut sichtbar an der Oberseite angebracht ist, startet dein Berechnungsprogramm. Ähm, seltsam ist die Konsole verdrahtet. Okay, untersuche Draht vielleicht, wenn schon die Kabel nicht geht. Ne, Draht kennt ihr auch nicht. Habe ich auch überlegt. Und, ähm, ich habe auch mal hinter die Schreibmaschine getan. Da steht aber, äh, geguckt, aber da steht nichts, dass wir nichts Ungewöhnliches finden. Repariere vielleicht. Ne, das geht nicht. Okay. Also, die Schreibmaschine und die Konsole. Hm. Ähm, ich rufe mal Rottenberry an, ob das jetzt geht. Das ging vorhin nicht. Ne, jetzt kommt das Gleiche, glaube ich. Ne, er geht nicht ran, ne. Was geht nicht ran? Ja, ja, du wählst Rottenberries Nummer auf dem Telefon und wartest vergeblich. Er geht nicht ran. Ach so, du hast Rottenberry angerufen. Wie hast du es gemacht? Ruf Rottenberry? Ja, ja, genau. Äh, genau. Und wir hatten ja, äh, was wir natürlich machen könnten, ist, wir könnten warten auf Rottenberry, äh, weil da stand ja im Text, dass der irgendwie verpennt aus seinem Büro kommt, ne. Wenn wir jetzt also sowas eingeben wie Warte. Ne, es stand da, dass er direkt, dass er kurz vor dem Start nach Hause gegangen ist. Also, ich warte aber trotzdem, würde ich jetzt behaupten. Ein paar Mal. Naja, okay. Ne, gut, das, ähm. Du siehst nichts Ungewöhnliches hinter der Schreibmaschine. Das ist echt merkwürdig. Untersuche Fernschreiber, hatte der noch irgendwas? Hm, das mit den Kabeln ist wirklich, unter, warte mal, ah ne, Untersuche, Untersuche Schreibmaschine, was hat er da gesagt? Nicht, dass man irgendwie erkennt, was er getippt hat. Seltsamerweise ist sie mit der Konsole verdrahtet. Untersuche, gibt es Verdrahtung, ist das ein deutsches Wort? Ich weiß nicht, was auch merkwürdig ist, ich hab mal versucht, die Schreibmaschine zu nehmen, ne, und dann sagt er, die Schreibmaschine ist mit der Konsole fest verdrahtet und kann nicht so ohne weiteres davon gelöst werden. Das klingt ja, als hättet ihr das irgendwie so richtig festgeklemmt oder so. Hm. Hm, mit der Konsole ist das verdrahtet. Mit der Konsole, ja. Ja gut, weil, weil da natürlich, genau, ja, okay, das macht ja, äh, das macht ja Sinn, genau, weil, die, oder, ist die Konsole, ist mit dem Computer verbunden, ne? Konsole? Genau, die Konsole ist mit dem Computer verbunden. Und normalerweise musst du ja nur mit der, mit der Schreibmaschine an den Fernschreiber, um, um, um dort, äh, Nachrichten auszutauschen, aber der Computer berechnet den Kram ja alleine. Mhm. Der Computer ist vielleicht mit dem Fernschreiber verbunden, um da was auszugeben, aber die Konsole an sich ist normalerweise nur dafür da, ne, stimmt gar nicht, die, die Konsole ist immer mit dem Rechner verbunden. Ach so, ja, okay, die, ah genau, die Konsole ist mit dem Rechner verbunden, der Rechner ist mit dem Fernschreiber verbunden und die, äh, Schreibmaschine ist auch mit dem Fernschreiber verbunden, aber die Konsole und, und Schreibmaschine müssen nie verbunden sein, okay. Mhm. Äh, ja gut, warum fällt dir das denn jetzt hier nicht auf? Ähm, das, das ist doch komisch. Naja, es fällt schon auf, ne, wir haben bloß keine Ahnung, mit welchem Gegenstand wir jetzt gerade interagieren sollen. Ich hab mir auch nochmal die zerknitterte Lochkarte angeschaut, aber das, als hätte sie jemand in der Hosentasche gehabt, weiter, also irgendwie kann man, also ich hätte jetzt gesagt, dass er vielleicht, oder dass sie jetzt vielleicht mit der Info das, dann irgendwie mehr mit der Lochkarte machen kann, aber. Mhm. Man liest Logbuch. Ah ja, was wir auch mal machen können, ist das klassische Ding, man kann ja immer, ähm, Dinge untersuchen und betrachten, also Examine oder Examen und, äh, das haben wir bei dem anderen Spiel mal, ne, das heißt, wir können ja mal machen X, also statt U für Untersuche, jetzt X für, äh, was, Schreibmaschinen oder so, vielleicht, vielleicht, äh, ja, vielleicht, ne, es kommt das Gleiche. Warte mal, untersuche die Tasten. Ah ja, Tasten ist gut, ja. Mhm. Oh, da ist eine kleine Notiz. Es gibt Tasten für alle Buchstaben, unter einigen sind kleine Notizen befestigt. Ah. Lies Notizen. Aha, kicken wir mal an. Ah. Es gibt Tasten für, ah ne, das waren wir schon. Unter A steht Attack, unter D Down, unter E East, unter I Inventory, unter L Look, unter N North, unter Q Restart, unter S South, unter U Up, unter W West, unter X Examen und unter Z Wait. Das heißt, ich... Warte mal, wie hast du... Bitte was? Wie hast du das denn jetzt gedingst? Wie hast du das jetzt gedingst? Ah, ich hab die nur untersucht. Und dann steht hier einfach nur, dass unter den entsprechenden Tasten die Notizen sind, aber nicht welche. Okay. Also, mit anderen Worten, lassen wir nochmal nach oben scrollen, wo stand, was da stand. Also, drück. You're standing in front of the cave. Nothing in your hands, but a sword and a torch. A warning is written on the wall above you. Do you dare to enter, adventurer? Ich hab ja fast das Gefühl, dass das ein Spiel ist, ein bekanntes, aber mir fällt's wahrscheinlich wieder nicht auf. Ich würde jetzt ja eigentlich gerne Nein eingeben und dann ist das Programm beendet oder so. Aber das geht nicht. Man kann hier nur restarten. Okay, dann lass doch mal eingeben. N. Oder warte mal. Tipp. Oder Z. Drück. Z. Drück. Drück N. Okay, N. Du drückst die Taste N, aber es passiert nichts. Wieso, ne? Lies. Was haben wir gemacht? Lies, ähm. Notiz. Nee. Schreiber. Lies Papierrolle. Ah, Papierrolle. Äh. Warte mal, müssen wir vielleicht noch Enter oder sowas drücken? Drück Enter? Nee. Drück. N. Okay. Drück. Z. Es passiert aber nichts. Also. Ah, warte mal. Wir haben jetzt N gedrückt, ne? Ja. Drück Knopf. Der Fernschreiber sollte jetzt etwas ausgeben, aber es passiert nichts. Das liegt daran, dass die Lochkarte. Okay, also warte mal. Ich gehe nochmal nach Osten. Ah. Ach, Quatsch. Rein. Rein, ja. Okay. Steck. Jetzt ist es so knittert, ne? Nee. Ach so. Stimmt. Steck. Das können wir uns ja erstmal ausruhen. Zerknitterte. Ah. Steck zerknitterte Karte in Schlitz. Richtig. Genau. Und jetzt ein leises Summen ertönt aus der Schaltzentrale. Genau. Dann raus. Raus. Ach so. Jetzt verstehe ich. Kannst du dich noch erinnern? In der letzten Folge habe ich gesagt, es wäre schön, wenn da stehen würde, dass sich was getan hat. Das ist das. Das ist das. Das ist der Schaltzentrale. Jetzt verstehe ich das so langsam. Okay, und jetzt drück N. Oh ja, wir sind jetzt in dem Spiel drin. Du drückst die N-Taste und der Fernschreiber gibt folgende Meldung aus. Hall of Fame. You are in the first room of the cave. You peer into the darkness. Nothing to see, but red stones and the bridge that leads west deeper into the cave. The exit is south. Portrays are hanging on the walls. Okay, also wir sind in einem Raum in einer Höhle. Es ist dunkel und ein paar Bilder hängen an der Wand und wir können nach Süden gehen. Und es gibt noch eine Brücke. Die nach Westen geht. Genau. Aha. Also, da wir aus dem Süden kommen, würde ich sagen, gehen wir nach Westen. Das ist ja krass. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich das Spiel durchspielen, bevor wir hier diesen ganzen Klumpatsch auflösen können. Genau, genau. Es geht einfach in den Klumpatsch. Ey, das ist das erste Mal, dass es ein Spiel in den Spielen gibt. Bei einem Textadventure, das wir spielen. Ja, für uns. Ja. So, und zur Feier des Tages fange ich hier direkt meine Karte an. Warte mal. Also, wir sind im ersten Raum der Höhle. Jetzt übrigens ein ganz allgemeines Problem, liebe Freunde, der Altspielkunst. Und man fängt so eine Karte meistens intuitiv in der Mitte des Papiers an, was oft blöd ist, weil wir sind jetzt im Raum der Höhle und man müsste jetzt eigentlich, warte, es geht nach Süden, nach Westen. Das heißt, ich fange an oben links auf dem Papier. Ja, aber Süden, vergiss, naja, ist doch Käse. Im Süden ist doch nur das Exit. Also, kannst du das schon unten hinmachen. Ja, stimmt. Du, du, du Fuchs. Okay, dann mach, ne, ich mach so, so. So, pass auf. Also, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass man intuitiv immer in der Mitte anfängt und dann stellt man fest, dass man am Rand keinen Platz mehr hat und dass es an einer Seite überhaupt nicht sich weiterentwickelt, das Höhlen-System, so. Das ist auch immer das Problem, wenn man Carcassonne spielt. Stimmt, ja. Ja, und das ist halt einfach, früher musste man ja ganz viele so eine Karte malen, das kennt man heute ja nicht mehr. Und, äh, ja. So, also, ich hab jetzt einen Raum gemalt und was haben wir hier? Genau, ich male ein Bild an die Wand, so. Okay. Und ne Brücke. So, und da können wir jetzt ja mal hingehen, ne? Oder? Ja. Drück. Wobei, die bald schon zu Ende ist, die Folge, aber wir können noch ein paar Minütchen spielen. Was? Ne, wir müssen hier noch weitermachen, jetzt ist das halt grad spannend, oder? Ja, ja, ja. Oder, oder wollen wir jetzt aufhören? Boah, das ist ja voll fies. Das ist ja voll spannend, aber, ja, stimmt, ist schon ein bisschen lang, ne? Oh, ne. Ja, noch ein paar Minuten können wir spielen. Ja, gut, dann machen wir mal, kommen, gehen wir mal nach einem anderen. Drück W. Okay. So. Erste Brücke. Wir stehen auf einer engen Brücke und unter uns, was ist das? Ravine? Ravine? Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Ravine ist, glaub ich, so ein Abhang, ähm, also, warte mal, ich lass es mal übersetzen, aber ich glaub, Ravine ist so ein Geröll-Abhang, also, der so ein bisschen ... Auf jeden Fall steht da dunkel und bodenlos. Also, ich nehm mal an, ein tiefes Loch oder so ist unter uns. Ich meine, es muss ja einen Grund haben, dass der mal eine Brücke gegen gemacht hat, ja? Also, Ravine ist, ähm, ist eine Schlucht. Oh, eine Schlucht. Und, ähm, im Westen liegt eine schneeweiße Höhle, äh, ja, genau. Und da können wir hingehen, wenn wir wollen. Ja, da können wir ja nix anderes machen. Gott sei Dank kann man ja in diesem, was heißt Gott sei Dank, also, der Einfachheit halber kann man in diesem Spiel ja nur angreifen, umschauen, ja, man kann auch Examen machen, aber man kann jetzt nichts Großartiges, ähm, ähm, eintippen. Also, jetzt, ich meine, jetzt untersuche, bla, bla, bla und so. So mein ich. Also, drück, weh, ne? Ähm, ja. Warte mal, wir haben gesagt, dass wir Examen machen können. Gibt's irgendwas, was wir hier vielleicht ... Puh, weiß nicht. Drück, ich will bloß mal ausprobieren, was da passiert. Drück, äh, was war Examen? X, drück, X. Drück, du drückst die Tasse, you see nothing but darkness below. Ja, okay, also, alles klar. Gehen wir nach Westen. Okay, drücken wir jetzt mal. Drück, weh, genau. Ähm, snow white cave. The ground is covered with a thick layer of ice and snow. Bones are protruding from below and an icy wind from west strikes your skin like a million of sharp daggers. Na, man, nicht übertreiben. Ne Millionen. Als ob der gezählt hätte. Höchstens 700.000. A bridge leads north across a lava stream deep below, but it's broken and you see not way to cross it. Ah, okay, die Brücke ist gebrochen, nicht der Lava-Strom. Fährt ein Wort. Ne, ist ein T zu viel. See no way to cross it. Also, Brücke ist kaputt, okay. Brücke, kaputt. Also können wir nur in Richtung Westen gehen, wo der Wind herkommt. Ich mach nochmal, äh, drück X, einfach mal so, dass wir nichts verpassen. Bones from poor animals which came here to find shelter. They ended as far as food for the beast. Ai, 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 ai. Oh. Wir werden uns also gleich den Namen Schlachter des Beasts, ähm, aneignen können. Ich guck mal, ob man hier in dem Spiel speichern kann. Ne, kann man nicht. Nice try. Äh, kann man. Muss man in den, äh, muss man in den Raum nebenan gehen und die Karte rausziehen und wieder reinstecken. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Na gut, okay. Also, wir gehen weiter nach Westen. Wollen wir, ja, ich würd sagen, jetzt können wir langsam mal Schluss machen, oder? Wir sind ja schon bei 45.000 Minuten. Also, ich übertreib's genauso wie der Schreiber mit seinem eine Million scharfen, scharfen Okay, dann enden wir die Folge auf einem, auf einer Ravine. Auf einem, nee, wir sind doch jetzt vor der Höhle schon, bei der Höhle sind wir da. Das war ein Spaß wegen Cliffhanger. Ach, na, Mensch, der war ja richtig, äh, richtig gut eigentlich. Hm. Hätte ich den verstanden, ja. Naja, äh, das nächste Mal. Ja. Tschö, bis bald. Hahaha. Tschüss. Tschüss.